Wie war es bei dir beim Vorstellungsgespräch? Mega gut. Ich finde es gut gefühlt. Ich kann mich auf alle Fragen antworten. Ich muss auch aufwarten. Und bei dir? Was machst du? Ja, bei mir war ich auch gut. Er hat sich immer bei mir gemeldet. Er war ganz fein, ganz live. Aufwarten und gucken. Was war bei dir sonst? Ja, ich war bei Sodexo. Wie gesagt, ich habe mein Kostüm als Kratz. Aber das ist das Problem. Dass ich auch mal aufstehen, um sechs Stunden. Für mich, das geht halt nicht. Ich weiß es nicht. Ach, das war schon mal. Ja, das war recht. Es ist aber hart, um sechs aufzustehen. Dann musst du doch wohnen, oder? Ja, komm. Aber bei dir? Ich war ja in dem schicken Restaurant. Ich vermisse mich so schön hier. Und das Problem ist, ich muss auch wie gerne es schaffen. Das ist nicht an der Stadt. Ja, das ist ein Ding. Du, wie kommst du hin? Und ich auch so. Ja, ja, ja. Das ist das Problem. Weißt du, ich muss es nicht lange schaffen. Und das ist das Problem. Okay. Ja. Ja. Ja, aber bei mir ist ja jeder schon lange sich egal. Und schon über 30. Montag schickt auf nur 15 Antworten. Wir können keine Antworten. Das ist ein Spurplatz. Schönen Job. Ja. Super. Und du Thanksgiving. Das ist schön, danke. Und bevor advanced. Alsofrage kurz. Dann